So meine Lieben, wir sind jetzt im späten Nachmittag, haben wir angefangen unseres erstes Gerstenfeld hier zu ernten. Ja, dazu haben wir wieder unseren altbekannten Klaas Mega 202 mit 4C450 Geschneidweg, also 4,5 Meter. Wir sind jetzt gerade voll geworden, ich habe jetzt einmal das Vorgewende ohne euch gemacht und eine Sprache weitergezogen. Wir gehen jetzt Richtung unseren 612er, da steht er mit zwei Anhängern zum Abfahren. Dann gehen wir jetzt hin, wir können noch mal ein bisschen rennen und ja, sonst, ja, ich blende euch wahrscheinlich nach der Moderation hier ein kleines Rollpressen-Video ein mit den 612er, was von morgen morgens war, weil wir waren heute Morgen erst unser Rollpressen und ja. Ja, gut, hier müssen wir jetzt nicht zumachen. Ja, in die Einfahrt kommen wir nicht, also werden wir mal die hintere Einfahrt nehmen. Und wir werden auch ein bisschen mehr dreschen müssen, aber die Gerste sitzt jetzt als erstes bei. Da hinten haben wir noch auf unseren alten Gerstenfeld, wo wir letztes Jahr Stroh drauf gefahren sind. Da ist auch Weizen drauf, das heißt auch nochmal Stroh. Also Strohbein werden wir auch genug noch fahren müssen oder werden und ja, dann helfe ich ja hier auch noch immer ein bisschen als Lohner aus auf der Karte, also immer was zu tun. Aber jetzt heißt es erstmal unsere Gerste runter, heute Morgen haben wir dann unser Zeug gepresst in den 612er. Dann haben wir die Getreidekippe fertig gemacht in den 612er haben wir ein bisschen gewaschen. Und ja, das war hier mal eine ehemalige Wiese, der Acker, habe ich mal jetzt ungepflügt und dafür ist er auf der Wiese 30, der die Wiese entstanden. Das war ja eigentlich mal ein Acker. Aber hier, ganz schön eine Huckels manchmal, weil der Döcher ein bisschen rumgesponnen hat, weil einstellen musste er es ein bisschen noch. So, sind wir jetzt auch gleich schon da. Da fahr mal ein Padrona. Na, wir passen das auch. Aber ist ein bisschen eng hier, aber geht schon. Ja, der geht mal. Genau. So. So. Mal den. Hier stehen lassen können wir den nicht. Hier stehen lassen können wir ihn nicht, aber... Ah, wie gesagt, ähm, es wird dann in der Zeitraffer weitergehen. Ich lade jetzt in den Bunker über. Müsste auch gleich fertig sein. Und ich würde sagen, dann fahr ich den 612er in der Zeitraffer ein Stück vor, dass wir vernünftig dreschen können. Und dann geht es auch in der Zeitraffer mit Dreschen weiter. Warte, jetzt können wir auch das eben auch jetzt vorfahren. Ja, okay, wir sehen uns gleich wieder. Oh, man, you need some headphones, bruh. Dreschen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.